Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich, dass du auch heute wieder reinhörst in dieser neuen Episode. Und heute geht es um das mega spannende Thema Suchmaschinen. Und zwar darum, was die wichtigsten Suchmaschinen für dein Online-Marketing sind und ob es da nicht vielleicht Suchmaschinen gibt, an die du bisher für dein Online-Marketing noch überhaupt nicht gedacht hast. Sei gespannt, gleich geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. So, bevor wir jetzt so richtig im Medias Res gehen, möchte ich dir zunächst einmal erzählen, dass ich nächste Woche Donnerstag am 26.01. um 11 Uhr ein Webinar für 0 Euro gebe und zwar geht es darum, deinen Status Quo im Online-Marketing festzustellen. Was bedeutet das? Ich sehe das bei ganz, ganz vielen Kundinnen, dass sie ja in ihrem Marketing hasseln und keine klare Linie haben. Und das liegt oftmals daran, dass sie sich nicht die Zeit nehmen, mal wirklich zu betrachten, wo stehen sie denn gerade in ihrem Online-Marketing, welche Tools benutzen sie, welche Kanäle benutzen sie und wie sinnvoll sind diese Kanäle überhaupt. Und in diesem kostenlosen Webinar möchte ich dir halt zeigen, wie du herausfindest, ja, was A, deine Marketing-Kanäle sind, wie du dir eine Übersicht über deine Marketing-Kanäle verschaffen kannst oder auch über deine Marketing-Aktivitäten und ja, welche Tools du vielleicht dafür nutzen kannst. Ich werde dir dabei auch Tools zeigen. Und damit kannst du eben auch erkennen, ja, wie du vermeidest, deine Zeit weiterhin mit unnützen Marketing-Aktivitäten zu verplempern. Und zu diesem letzten Punkt wird es dann auch im Februar ein zweites Webinar geben, natürlich auch kostenlos. Und du kannst dich zu dem ersten Webinar, also deinen Status Quo im Online-Marketing anmelden. Du findest die Anmeldemöglichkeit in den Shownotes. Und ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Wenn du das zeitlich nicht hinbekommst, ist überhaupt gar kein Thema. Du bekommst eine Aufzeichnung. Das Webinar ist komplett pitchfrei. Ich werde dir nichts verkaufen. Ich möchte einfach nur, ja, ein bisschen dabei unterstützen, ein bisschen mehr Durchblick zu bekommen. Okay, das war der Werbeblock. Werbeblock Ende. Und jetzt gehen wir wirklich im Medias Res und sprechen über Suchmaschinen für dein Online-Marketing. Das ist ein Thema, wo mir das Herz aufgeht, weil du ja, wenn du meinen Podcast schon eine Zeit lang verfolgst oder auch meinen Newsletter kennst, weißt, dass ich nicht der allergrößte Social-Media-Fan bin. Einfach weil mir diese, ja, Aktivitäten nicht nachhaltig genug sind. Und das genaue Gegenteil davon sind eigentlich Suchmaschinen. Nämlich, wenn du dein Content und dein Marketing Suchmaschinen optimierst oder auf Suchmaschinen ausrichtest, dann ist es in der Regel ja eine sehr nachhaltige, eine sehr langfristig gedachte Investition, die, das muss man natürlich fairerweise dazu sagen, auch immer ein bisschen Anlaufzeit braucht. Das heißt, wenn du dein Marketing auf Suchmaschinen ausrichtest, dann bedeutet das immer, dass du mit einer gewissen Vorlaufzeit rechnen musst, bis diese Suchmaschinen quasi greifen und deine Inhalte ausspielen. Und heute in dieser Podcast-Episode möchte ich dir, möchte ich mit dir vor allen Dingen darüber sprechen, welche Suchmaschinen es gibt. Da gibt es nämlich einmal die klassischen Suchmaschinen und es gibt aber auch Spezial-Suchmaschinen. Und last but not least möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deine Inhalte für die Suchmaschinen optimieren kannst. Okay, dann starten wir mal los. Punkt eins, über den ich also sprechen möchte, sind die klassischen Suchmaschinen. Und wenn ich an klassische Suchmaschine denke, dann fällt mir eigentlich nur eins ein und das ist Google. Also ich denke, Google ist jedem ein Begriff. Google ist die weltweit größte und am häufigsten genutzte Suchmaschine und hat einen Marktanteil von über 90 Prozent. Und da ist es natürlich fast unmöglich, Online-Marketing zu betreiben, ohne Google zu berücksichtigen. Und das solltest du natürlich auch nicht. Google bietet unter anderem viele Tools und Ressourcen, die Unternehmen dabei helfen können, ihre Präsenz in den Suchergebnissen zu verbessern. Also ich denke da zum Beispiel an Google My Business, Google Analytics, Google Ads, also früher bekannt als Google AdWords. Und wie du eben deine Inhalte vor allen Dingen für Google verbessern kannst, darüber spreche ich dann später mit dir in Punkt drei. Es gibt aber außer Google auch noch weitere klassische Suchmaschinen, die einem dann vielleicht als nächstes einfallen. Zum Beispiel Bing, das ist die zweitgrößte Suchmaschine. Die hat aber schon nur noch einen Marktanteil von ungefähr zweieinhalb Prozent. Und die wird auch hauptsächlich von Nutzern in den USA und in Großbritannien genutzt. Also das ist jetzt für uns nicht so mega spannend. Bing bietet aber auch ähnliche Tools und Ressourcen wie Google. Also zum Beispiel Bing Ads und Bing Places for Business, was ich übrigens überhaupt nicht wusste, muss ich ehrlicherweise zugeben. Bing kenne ich persönlich nur davon, dass das bei mir aufploppt, wenn ich das schöne Bild im Startbildschirm auf meinem Computer anklicke, um mehr zu erfahren. Da tut sich dann immer Bing als Suchmaschine auf. Genau. Die weitere oder eine weitere beliebte Suchmaschine, von der du sicher auch schon mal gehört hast, kenne ich persönlich vom Währungsrechner, aber ist Yahoo. Und Yahoo wird auch in den USA und in anderen Teilen der Welt genutzt. Und auch wenn es in den letzten Jahren wohl zu einem relativ großen Rückgang der Nutzung von Yahoo gekommen ist, ist es immer noch eine relevante Suchmaschine, die man nicht vorlassen sollte. Yahoo hat ungefähr einen Marktanteil von anderthalb Prozent. Und ja, kann man natürlich als Suchmaschine durchaus auch nutzen. Baidu schreibt sich B-A-I-D-U, also Bertha Anton Ida Doris Ullrich, ist die führende Suchmaschine in China oder China und hat einen Marktanteil dort von fast 70 Prozent. Und das ist für Unternehmen interessant, die chinesische Kunden ansprechen wollen. Und ich denke, das ist jetzt bei uns nicht unbedingt der Fall. Von daher kannst du Baidu sicher unter den Tisch fallen lassen bei deinen Gedanken rund um die Suchmaschinen. Last but not least möchte ich dir noch DuckDuckGo vorstellen. Ich finde den Namen ja mega, aber das alleine ist vielleicht nicht so der ausschlaggebende Grund, um diese Suchmaschine zu benutzen. Aber diese Suchmaschine hat sich darauf spezialisiert, den Datenschutz der Nutzer zu schützen und keinerlei Tracking durchzuführen. Und das wiederum finde ich also auch schon wieder interessant, gerade für Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, das Thema Datenschutz in den Vordergrund zu stellen. Natürlich gibt es noch viele, viele weitere Suchmaschinen wie Ecosia, Quorn, Startpage und die alle zeichnen sich in der Regel auch durch mehr Nachhaltigkeit und Datenschutz aus, als das zum Beispiel Google macht. Aber für uns relevant, für unser Business ist es mit Sicherheit, unseren Content auf die hier oder im Dachraum größte Suchmaschine Google zu optimieren. Wie gesagt, wie du das machen kannst, das erfährst du ein bisschen später. Jetzt möchte ich erstmal noch über, ja, sogenannte Spezial-Suchmaschinen mit dir sprechen. Und zwar gibt es ja über diese typischen Suchmaschinen hinaus noch weitere Plattformen, die dir vielleicht nicht in erster Linie als Suchmaschinen in den Sinn kommen. Die größte, die mir nach Google einfällt, ist YouTube. YouTube ist, was du sicher weißt, eine Video-Sharing-Plattform und dort können eben Benutzer Videos hochladen und anschauen. Und YouTube hat eine integrierte Suchfunktion. Und mit dieser Suchfunktion können eben die Nutzer nach Videos und Inhalten suchen, die auf der Plattform YouTube verfügbar sind. Und deshalb handelt es sich tatsächlich auch um eine Suchmaschine. Und zwar um die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das bedeutet gleichermaßen auch, dass ein guter, eigener, also gut bespielter, eigener Kanal auf YouTube sich auch positiv auf die Suchmaschinenoptimierung auswirkt. Das heißt, YouTube gehört zu Google. Und deshalb werden diese YouTube-Videos oft auch direkt weit oben in den Suchergebnissen angezeigt. Und wenn du YouTube nutzen möchtest, um dein Business zu unterstützen, dann solltest du auf folgende Punkte achten. Erster Punkt ist, erstelle einen eigenen YouTube-Kanal, um deine Marke und deine Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Zweiter Punkt, nutze Videomarketing, indem du Werbevideos erstellst, um deine Produkte zu bewerben. Also wenn du Produkte hast, dann ist es auch gut, wenn du zumindest semi-professionelle Werbevideos erstellst. Oder eben, wenn du Dienstleistungen verkaufst, informative Videos, um deinen Zuschauern zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Nächster Punkt ist, dass du deine Videos unbedingt für die Suchmaschine YouTube optimieren solltest. Das heißt, du solltest relevante Suchbegriffe bzw. Schlüsselwörter in den Titel, in die Beschreibung, in die Text des Videos platzieren, damit sie auch tatsächlich gefunden werden. Und Achtung an dieser Stelle, die Keywords müssen auf YouTube nicht die gleichen sein wie für Google. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du auch für YouTube eine eigene Keyword-Recherche machst. Und du kannst die Möglichkeiten auf YouTube nutzen, mit deiner Zielgruppe zu interagieren, indem du zum Beispiel direkt auf Kommentare reagierst oder Fragen beantwortest. Und dann noch ein mega wichtiger Punkt, verknüpfe unbedingt deine YouTube-Videos mit anderen Marketingkanälen. Also zum Beispiel kannst du die Möglichkeit nutzen, die Videos auf deiner Website oder zum Beispiel einen Blogartikel zu stellen, um die Reichweite zu erhöhen und eben den Traffic auf deine Website zu lenken. Wenn du YouTube-Videos erstellst, dann achte unbedingt darauf, dass du kurzweilige, spannende, relevante und hochwertige Inhalte nutzt, um deine ZuschauerInnen bei Laune zu halten und sie auch dazu zu bringen, immer wieder zurückzukehren. Mach auch unbedingt darauf aufmerksam, dass man deinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren kann, damit die Menschen immer wieder informiert werden, wenn du neue Inhalte teilst. Und wenn du all das beherzigst, dann ist YouTube sicher eine gute Möglichkeit, um dein Business noch bekannter oder um noch mehr auf dein Business aufmerksam zu machen. Die nächste Spezial-Suchmaschine, über die ich mit dir sprechen möchte, ist Pinterest. Und ja, wie du vielleicht weißt, ist das ja quasi mein, ja, wie soll ich sagen, meine Homebase oder war es zumindest lange, weil ich ja Pinterest-Marketing und Pinterest-Beratung gemacht habe. Und dann weißt du vielleicht auch schon, dass Pinterest eine visuelle Suchmaschine ist. Das heißt, Pinterest arbeitet in erster Linie mit Bildern und nicht mit Texten. Texten? Und das ist eine Plattform für, ja, soziale Medien, die es eben den Nutzern ermöglicht, Bilder und inzwischen sehr viel auch Videos auf Pin-Wänden, auf sogenannten Pin-Wänden zu organisieren und zu teilen. Und die Nutzer können, ja, die Pin-Wände zu unterschiedlichen Themen anlegen, wie zum Beispiel Mode, Reise, Kunst, Kochrezepte und können eben auch Inhalte von anderen Benutzern repinnen, wenn sie sie für sinnvoll erachten. Dann können sie sie eben von anderen Nutzern auf ihre Pin-Wände repinnen. Pinterest wurde schon 2010 in den USA, also in San Francisco, Kalifornien gegründet, beziehungsweise hat er seinen Hauptsitz. Und aktuell hat es über 400 Millionen aktive Nutzer weltweit und wird eben oft auch für Inspiration und Einkaufsmöglichkeiten verwendet. Und wenn du ein Business hast, wo Menschen nach Inspiration suchen, dann könnte das für dich eine Möglichkeit sein, dich, dein Business und deine Angebote oder Produkte zu präsentieren. Und wenn du mehr Infos über Pinterest haben möchtest, habe ich dir auch einen passenden Link in die Shownotes gestellt, wo du auf eine Seite kommst, wo quasi Pinterest für dich zusammengefasst ist. Und wenn du Fragen dazu hast, melde dich natürlich gerne. Ja, die dritte Spezialsuchmaschine, die ich dir an dieser Stelle vorstellen möchte, ist Amazon. Und wenn du jetzt sagst, mit Amazon möchte ich nicht so gern was zu tun haben, dann ist das natürlich vollkommen okay. Aber hör trotzdem mal zu, ob da vielleicht interessante Infos für dich drin sein könnten. Amazon ist, das weißt du sicher, ein E-Commerce-Unternehmen und sie verkaufen hauptsächlich Produkte. Aber da Amazon eben auch eine eigene Suchfunktion auf der Website hat, mit der Benutzer nach Produkten suchen können, ist es auch eine Suchmaschine. Und diese Suchfunktion ist zwar in erster Linie darauf ausgelegt, den Nutzern dabei zu helfen, Produkte zu finden, eben auf der Amazon-Website und zu kaufen und nicht unbedingt als allgemeine Suchmaschine zu dienen. Dennoch kannst du die Suchfunktion bei Amazon für dein Online-Marketing nutzen. Wie geht das? Du kannst zum Beispiel auf deinem Themengebiet nach Büchern oder Ähnlichem recherchieren und vor allen Dingen auch in den Kommentaren nach typischen Fragen zu deiner Expertise suchen. Diese Fragen und Anmerkungen kannst du dann wiederum für deinen Content nutzen und zum Beispiel Blogartikel oder Podcast-Episoden oder eben YouTube-Videos daraus erstellen. Darüber hinaus solltest du diese Suchfunktion auch von sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn und Twitter nicht außer Acht lassen. Denn in vielen Fällen wird bei der Recherche nach Kontakten oder Mitarbeitern, Ressourcen oder auch Austauschmöglichkeiten die Suche von B2B-Netzwerken und sozialen Plattformen immer häufiger verwendet als die klassischen Suchmaschinen. Das weißt du vielleicht auch, wenn du nach neuen Kontakten suchst oder nach Austauschmöglichkeiten oder auch nach bestimmten Informationen, dann verwendest du vielleicht nicht Google, sondern du nutzt tatsächlich die Suchfunktion innerhalb einer Facebook-Gruppe zum Beispiel oder bei LinkedIn. Und auch diese Suchfunktion kannst du dir natürlich zunutze machen und da verschiedene Themen, Fragen, Anmerkungen aufgreifen, die du dann wiederum in deinem Content beantworten kannst. Tipp an dieser Stelle ist es aber, dass du immer bei der Optimierung von Inhalten auf deiner eigenen Plattform, also auf deiner Website beginnen solltest. Denn das predige ich ja immer wieder, auf deiner eigenen Website hast du den meisten Einfluss. Während ja zum Beispiel bei sozialen Netzwerken, zum Beispiel der Hausherr in diesem Falle Mark Zuckerberg bei Facebook oder Instagram, dir immer einen Strich durch die Rechnung machen kann. Deswegen ist das, was du auf deiner Website machst und optimierst an Marketing, natürlich das Wertvollste, was du tun kannst. Und wenn du Fragen dazu hast, bist du immer herzlich eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben. Das geht an info at silkeschönweger mit oe.com. So, last but not least auch ein mega spannender Punkt, nämlich wie du deine Inhalte für Suchmaschinen optimieren kannst. So, Ohren gespitzt. Jetzt kommen nämlich ein paar, ja, Faktoren, die Suchmaschinen bei der Bewerbung der Relevanz berücksichtigen und die solltest du dir, wenn es geht, unbedingt merken. Punkt Nummer eins natürlich sind die Keywords. Das heißt, du solltest relevante Suchbegriffe in den Titeln, Überschriften und Texten auf deiner Website oder auch auf den entsprechenden Profilen nutzen. Und dabei solltest du immer darauf achten, dass du diese Keywords nicht stuffst, also dass du sie nicht über Gebühr benutzt, sondern in einer natürlichen Menge benutzt. Denn dieses Keyword-Spamming oder Keyword-Stuffing kommt überhaupt gar nicht gut an, weder auf der Website noch auf Profilen. Auf deiner Website gilt also folgende Faustformel. Du solltest deine Texte immer für deine LeserInnen und nicht für Google schreiben. Denn so kannst du immer dafür sorgen, dass die Texte nicht zu gekünstelt wirken. Was ich immer mache, ist, dass ich die Texte erst schreibe, ohne sie zu optimieren und gehe dann quasi hinterher nochmal, ja, wie soll ich das sagen, mit dem SEO-Auge drüber. Ja, und natürlich kannst du dich auch, wenn du zum Beispiel WordPress nutzt, von Plugins wie RankMars oder Yoast SEO unterstützen lassen. Aber Achtung, bitte nicht auf Biegen und Brechen darauf achten, dass du in den grünen Bereich kommst, ja, denn dann wird es auch wieder unnatürlich. Meine liebe Kollegin Sarah Menzelberger, die Technik-Elfer, hat es nämlich mal exerziert und gezeigt, wie man diese Suchmaschinen überlisten kann. Und zwar ein sehr hohes Ranking bekommt auf der Suchmaschine, der Text danach aber überhaupt nicht mehr in Ordnung ist. Also da bitte auf jeden Fall aufpassen, was die Keywords angeht. Bei den Inhalten, achte unbedingt darauf, dass die Inhalte auf deiner Website eine hohe Qualität haben, dass sie relevant und aktuell sind. Google bevorzugt nämlich Websites, die regelmäßig neue und nützliche Inhalte bereitstellen. Und deshalb lohnt es sich auch schon mal, einen schon bestehenden, gut laufenden Blogartikel zu überarbeiten und zum Beispiel durch ein YouTube-Video oder ein Podcast zu ergänzen. Das heißt, du solltest unbedingt auch im Auge behalten, welche Blogartikel bei dir gut laufen und dann nicht, wie man oft meint, die schlechten optimieren, sondern darauf achten, dass deine bereits gut laufenden Blogartikel noch besser ranken. Denn es ist natürlich schwieriger, erstmal in die Höhe zu kommen. Aber wenn du schon auf einem guten Maß bist und deine Blogartikel schon ziemlich gut ranken, dann kannst du sie sicher noch ein bisschen besser machen. Und dann siehst du auch, dass genau nach diesen Inhalten gesucht wird. Also gut laufende Blogartikel nochmal überarbeiten und besser machen. Dritter Punkt ist die On-Page-Optimierung. Das heißt, dass du zum Beispiel die Meta-Tags wie Title und Description optimierst. Das sind nämlich die Bereiche, die bei der Google-Suche in den Ergebnissen als erstes sichtbar sind. Also sprich, diese kleinen Texte, die du siehst, wenn du bei Google irgendeine Frage eingibst, diese Vorschau-Texte. Und diese sollten gut lesbar und beschreibend für die Inhalte sein. Außerdem solltest du unbedingt Alt-Attribute für Bilder verwenden und diese auch beschreibend und informativ dadurch machen. Achte auch unbedingt auf eine sprechende Bezeichnung der Bilder. Ich sehe das immer wieder und das finde ich erstaunlich, dass sich das noch nicht herumgesprochen hat, dass Bilder auf die Webseite hochgeladen werden, die 7143.jpg oder noch schlimmer PNG lauten. Und da solltest du unbedingt darauf achten, dass du auch deine, also dass du die On-Page-Optimierung einfach im Blick hast. Der nächste Punkt ist die Verlinkung. Google mag nämlich qualitativ hochwertige Backlinks von anderen Websites. Das heißt, du solltest diese unbedingt in deine Texte einbauen, weil es Google hilft zu verstehen, dass deine Website von anderen als nützlich und vertrauenswürdig angesehen wird. Da kannst du auch gerne mal bei anderen Kollegen oder Kolleginnen in deiner Bubble nachfragen, ob man da nicht gemeinsam etwas machen könnte. Was mir da immer einfällt, sind Blogparaden zum Beispiel. Ja, dass du zu einer Blogparade aufrufst und ganz viele Kolleginnen und Kollegen fragst, ob sie zu einem bestimmten Thema einen Blogartikel erstellen wollen. Und so kann man nämlich ganz hervorragend schöne Backlinks erzeugen. Das nur so als Idee. Dann gibt es natürlich noch das Technical SEO. Das heißt, du solltest unbedingt darauf achten, dass deine Website so aufgestellt ist, dass sie den technischen Anforderungen von Google entspricht. Sprich, achte auf die Optimierung der Ladezeiten und auch auf die mobile Optimierung deiner Website, also dass sie auf dem Handy gut lesbar ist. Du kannst zum Beispiel auch über Google Analytics feststellen, über welche Devices, also über welche Geräte die Website-Besucher am meisten zu dir kommen. Das war, als ich angefangen habe und meine Website aufgebaut habe, waren es noch deutlich mehr Desktop-Nutzer, also die mit einem festen PC auf meine Website gesurft sind. Und in der letzten Zeit sind es ganz, ganz verstärkt mehr Nutzer am Handy. Das heißt, ich muss unbedingt darauf achten, dass meine Website mobil optimiert ist. Und da solltest du natürlich auch darauf achten. Genau, und dann last but not least, letzter Punkt an dieser Stelle, weil das soll wirklich nur eine ganz kurze Übersicht sein für die Optimierung deiner Inhalte, dass natürlich auch das Nutzerverhalten super wichtig ist. Also wie verhalten sich die Nutzer auf deiner Website? Und Nutzer, die länger auf deiner Website verweilen und auch mehrere Seiten besuchen, signalisieren Google eben, dass deine Inhalte für sie relevant und nützlich sind. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass du eine sinnvolle Benutzerführung auf deiner Website hast. Und wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, dann verlinke ich dir in den Shownotes noch einen Blogartikel, der lautet Deine Website als Homebase für dein Business. Deshalb ist sie so wichtig. Da gehe ich da nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, dass wir auch im Rahmen des Alles-im-Griff-Programms, was Anfang März wieder startet, uns auch ganz genau deine Website anschauen und sie, was die Benutzerführung angeht, optimieren. Wenn du dazu Lust hast, findest du in den Shownotes auch die Warteliste zum Programm. Da kannst du dich ganz unverbindlich eintragen, wenn du Informationen haben möchtest, wenn das Programm quasi wieder buchbar ist. So, und das war es mit der heutigen Episode. Wichtig für mich ist, dass du erkannt hast, dass es neben den klassischen Suchmaschinen eben auch durchaus Sinn ergeben kann, auf Spezialsuchmaschinen für dein Online-Marketing zu setzen. Und wenn du da Lust drauf hast oder auch mal drüber sprechen möchtest, ob das für dich sinnvoll sein kann, dann schreib mir gerne eine E-Mail und wir treffen uns auf einen virtuellen Kaffee und sprechen für dein Business darüber. Koste ich auch nix, mache ich einfach so gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche im Webinar sehen. Wie gesagt, die Möglichkeit zur Anmeldung beziehungsweise den Link zur Landingpage findest du in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und wünsche dir eine tolle Restwoche, ein tolles Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Alles im Griff im Online-Marketing. Deine Silke Schönweger Deine Silke Schönweger